Hi, ich wollte dich nur mal kurz was fragen. Dann frag mal, hast du schon mal was von kultureller Aneignung gehört? Ja, der Begriff ist mir tatsächlich bekannt. Und, wieso trägst du dann Braids? Ist die Frage gerade ernst gemeint? Ja, weil das, was du betreibst, ist definitiv kulturelle Aneignung und wenn du dich damit schon mal beschäftigt hast oder diesen Begriff schon mal gehört hast, verstehe ich nicht, warum du das machst. Ist schon lustig, dass ich mich eigentlich meine ganze Kindheit mit Rassismus auseinandersetzen musste und mich jetzt mit kultureller Aneignung auseinandersetzen muss. Aber du bist doch weiß. Nein, bin ich nicht. Oh, ja krass, das sieht man dir ja gar nicht an, aber ähm, ja, die Braids stehen dir eigentlich auf. Supergut!